Du bist eitel, Throndieb. Falle vor mir auf die Knie und der Tod deiner Familie wird schmerzlos sein. Sie werden sich zurück in den Westen aufmachen, während wir hier verbleiben. Du bist der Meister der Lügen. Hältst du mich für solch einen Narren, dass ich glaubte sie sei noch am Leben? Nach allem, was du in ihr Region angerichtet hast, du wirst in die Vergessenheit verbannt werden, während ihre Geister an der Westküste wandeln. So, los geht's. Brandmarken. Wir sollen hier Brandmarken. Nein, 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 nein. Los nicht. Nein, 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 nein. So, und los geht's. So, und drei. Sehr gut. So, vier. Fünf. Fünf. Na, sogar sieben. Sehr gut. Jetzt müssen wir da rüber. Anscheinend. So, Kopf ab. Und los geht's. Bandmarken. Sehr gut. Zwei Hammer. Weg, 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 weg. So, Nummer drei. Mein Ring hat sich aufgeladen. So, fünf haben wir. Also, der gehört schon hier. Entschuldige. Entschuldige. Los. Sechs. Sehr gut. Und einer noch. Und einer noch. Er hat schon wieder Sex gesagt. Und los geht's. Ja, ich müsste eigentlich einmal eine... Blume essen. Die ist da vorne. Unter mir. Jo. Ähm. Ah, jetzt, okay. Und rauf. Jetzt müssen wir das verteidigen. Warte. Warte. Warum auch immer. Das weiß ich nicht. Vielleicht... Ist das dann später von irgendein... Ja, keine Ahnung. Von Bedeutung. So, und rüber gehen müssen wir auch einmal. Ah, komm jetzt. Jetzt weg da mal. Es ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, ob ich da jetzt... Diese 100% da erreiche. Und los geht's. Hol deine Freunde. Danke. Uh, den hätte ich gern. Los. Nein, wieso macht das nicht? Ach, geh. So, 12. 11. Ist jetzt eh nicht mehr so lang. Ja, das kann man jetzt auch. Das ist jetzt neu hier. Man kann jetzt auch einzeln auswägen, wen man umbringen möchte. Wie gesagt, wenn du wen umbringst... Dann kriegt man Lebensenergie zurück. So, wir müssen jetzt wieder rüber da. Und wir haben keine... Ah, ich sehe es gerade. Ja, wir haben keine... ...gelben Geschosse mehr. Das heißt, wir müssen zu Fuß gehen. Leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Ah, da ist er. So, das funktioniert aber nicht bei denen. So, das funktioniert aber nicht bei denen. Du kannst mich auch mal. So, wir drücken. Und das schaut so leiwand aus. Das ist eine urgeile Fähigkeit. Und weg ist er. So, nimm das. So hört sich das an, wenn man in der Geisterwelt ist. Mordor wird mir gehört. Er zittert vor meinen Denkmälern aus Licht. Meine Macht und meine Anmut werden dieses Land überschwemmen. Perfekto. Und wieder etwas, was uns gehört. Very nice. Deine Familie wird sterben. Du wirst nur noch Hass und Verzweiflung kennen. Du wirst Finsternis erfahren. Ich werde Sieg erfahren. Glorie. Rache. Und du wirst nur die Knechtschaft durch meine Hand kennen. Ja. Das wird er. Hast du vollkommen recht. So. Wir sammeln das da oben ein. Es ist ziemlich weit weg. Was wir haben, das Hammer. Und los geht's. Ja, die gibt es hier auch. Das haben wir auch im Meister der Jagd gesehen. In diesem DLC auch. Diesen habe ich auch gemacht. Eigene Playerliste habe ich dann auch erstellt. Wie ich dann gemerkt habe, dass immer mehr von diesem Spiel rauskommt. Und ihr immer mehr sehen wolltet. Da habe ich mir dann gedacht, das gibt's nicht. Ich muss da mehrere Playerlisten machen. Ich werde jetzt aber nur noch die DLCs rausbringen, die kommen. Vielleicht kommt ja noch einer. Ich vermute schon. Sonst hätte man nicht fast, ja... 70 Euro, glaube ich, für den Season Pass hier geschafft. Und weiter geht's. Ich freue mich auf jeden Fall immer auf mehr. Nur her damit, Warner Brothers. Solange es so bleibt in der gleichen Genre her, bin ich vollkommen zufrieden damit. So, ich muss da anscheinend rauf. Und ich muss noch weiter rauf. Okay, okay. Oh, da hinten ist einer. Den können wir uns ja dann schnappen. Oh, talk. Okay, passt. So, wo ist jetzt dieses... Ist das nochmal eins ober mir, oder... Kann schon sein. Falls es da noch einen Weg rauf gibt. Also hier sollte es sein. Gibt's da noch einen Weg rauf? Da geht er nicht rauf, nein. Da hinten. Okay. Hier. Na komm jetzt. Zack, zack. Und hier ist es schon. Viel Spaß mit der Geschichte. Traue niemals einem Ork der Nang Ungol. Wir haben zu viel Zeit mit diesen Spielen verbracht. Zu weit weg vom dunklen Turm. Hab vergessen, wer ihr herresst. Die fühlen dich mit Grog aus dem Süden, bis du dich schlafen legst und von zu vielen Beinen und klackenden Klauen träumst. Und wenn du Kopfüber von der Decke hängend wieder aufwachst, schlitzen sie dir die Kehle auf. Nur um das große, schwarze, saftige Grinsen auf deinem Hals zu sehen. Stellen wir uns mal vor. Und wieder streckst du deinen Kopf aus dem Grab. Aber jetzt schicke ich dich endgültig zurück. Du hast mich noch gar nicht getötet, Wichser. Mich kannst du nicht täuschen. Du kannst mich nicht schlagen. Ich glaube schon, dass ich das schaffe. Geh in den komischen Bereich da rein, bitte. Geh in den Bereich rein. Ich will dich nicht drücken. Jetzt. Und los. So. Du bist mein. Du bist mein. Du bist mein. Du bist mein. Information sammeln. Ja. Wen habe ich ihn da jetzt eingenommen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendeinen Ohr-Talk, glaube ich. So. Den kennen wir schon. Schauen wir mal da. Der ist wichtig. Okay. Der ist auch wichtig. Der ist auch wichtig. Der ist auch wichtig. Der ist auch wichtig. Okay. Nimm uns den da. Der schaut cool aus. Den hätte ich gern. Mit seinem flammenden Hut. Und beigeben. Mach's gut. ÖECHT SERV. Saultali und Saultala. Du 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 Du. Du 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 du. Was machen wir jetzt? Übernimm dieses. Okay. Und übernimm. Okay. Also, wir haben noch zwei vor uns. Allerdings, ist es schon ziemlich spät, das heißt, ich werde für heute leider Gottes Schluss machen. Ich würde noch gerne, aber ich muss morgen leider Gottes wieder früh in die Arbeit So, und ich bin hier in Kampfmodus Eigentlich nicht Wieso kann ich keine Schnellreise dorthin machen? Wozu habe ich das jetzt eingenommen? Jetzt geht's, ok Ja, wie gesagt, ich muss morgen wieder arbeiten Und es ist schon ziemlich spät und ich möchte noch ein paar Stündchen schlafen Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse Aber auf jeden Fall dranbleiben Ich mache auf jeden Fall weiter Mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zusehen Tschüss Baba, euer Herzfehler